Ich glaube, das wird ein sehr ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Düsseldorf hatte unter der Woche natürlich noch eine schwere Aufgabe, haben das wahrscheinlich auch noch ein bisschen in den Beinen. Trotzdem wartet auf uns gerade die stärkste Mannschaft der zweiten Liga mit St. Pauli für mich. Und deswegen wird uns dieses Spiel alles abverlangen. Aber wir sind bereit dafür und werden alles dafür tun, um etwas Zählbares auch mitzubringen aus Düsseldorf. Ich meine natürlich, um 5-0 zu gewinnen, ist das nicht eine gemeinsame Verkäufe. Es war wirklich gut für uns, besonders wenn unsere Gegner auch Punkte verlieren. Also um 5-0 zu gewinnen, war wirklich gut. Aber wir müssen es diese Woche genießen, aber wir müssen auf den nächsten Spielen fokussieren. Aber ja, es war gut. Ja, wir haben es gerade gesehen auf Schalke, in Hamburg. Das waren besondere Spiele, weil einfach so viele Leute dabei waren. Das pusht uns dann alle nochmal mehr. Ich glaube, auch ein ausverkauftes Haus ist etwas sehr Besonderes. Du spielst es nicht jeden Tag vor. Und deswegen wissen wir das sehr zu schätzen, dass uns so viele begleiten. Es spricht so ein Stück weit auch für diese Euphorie, die wir wieder entfachen konnten. Und die wollen wir in diesem Spiel genauso auf den Platz bringen und Düsseldorf so schwer wie möglich machen. Ich meine, wir müssen das tun, was wir in den alten Spielen haben, in denen wir gespielt haben. Wir fokussieren und gut verteilen. Und natürlich nehmen wir unsere Chancen, wenn wir attacken. Düsseldorf ist ein starkes Team. Sie hatten nicht so eine gute Gefühl in dem Cup-Games gegen Leverkusen. Aber wir sind sicher, dass sie ein schweres Gegner sein werden. Ja, wir müssen da gehen und vorbereiten werden für ein starkes Team, eine starke Offensive. Und natürlich fokussieren wir uns selbst und versuchen, was wir können, um die Punkte zu nehmen. Ja, absolut. Weil es einfach, wie der Trainer auch gesagt hat, jetzt die letzten sieben Spiele sind. Das ist jedes Spiel ein Endspiel. Du willst in jedem Spiel irgendwas zielbares holen. Und diese Überzeugtheit, alles, das merkt man auch in der Trainingswoche, wie viel Bock jeder hat. Und jeder weiß, worum es geht. Und das hat man auf dem Platz gemerkt. Jetzt komme ich nach oben auf dem Platz gemerkt. Vielen Dank.